Schon schon alles, wenn ihr zusammen auf Fanzi-Tjöi-Ludati in der Abülle-Fundation der Domet, Mauböin. Dadurch, mit den Puppen und dem Zaunen-Wirr-Silz-Auls-Di-Olimp kann ich zum großen Plagee präsentieren, eine Sensation-Mundiale, wo es schon dabei ist, wo es die Nase und die Nase und die Nase ist, wenn man hier bei den Ferdag, wo es die Maschinen ist. Wir sehen uns im Nachhinein, und wir sehen uns beim nächsten Mal das Unik-Medium des Mondes in der Sommer-Lavortura der Nors-Diux-Olimpiks-Vein-Vente. uyorer Suspigkeiten Außen-Diux-Bene Untertitelung des ZDF, 2020 und die anderen seien Qualificate, die der Tavau, die die Surmeeranz, die die Soziwanz und die Bregaia. Prominentemente in der Surselve, die Engiadina. Die Engiadina und die Stadion Vergade wurden die Memme der Touristen Italien und Russen in der Stadion der Quere und in der Surselve wurden die Memme der Engiadina. Das ist auch die Touristen Italien und Russen. Aber bevor wir uns zur Konkurrenz sportivin, dann haben wir eine Ejada in der Historie. Lehmreine Vossi, die Ballet-Kooperation, die in Harmonie in der Kanton, die in der Faschke Nozjuks-Olympics, und in Summe, wie die Pusseifels. Tavau, al VEF, Tavau, al Spenglercup, Celles Contrades, stavien im Osser Süd. 1%? Das Danes, die uns da innau, a Donne. Tavau, stavien investir in der Surselve, in Uvar d'Aura, nü, nischem. Und im Zentrum Giacometti in Bregaglia. Sonsten, Herr Präsident, ich sage, Herr Präsident, ich sage, ich sage, ich habe ein paar Kilometer. Und da plus, zum Beispiel, es geht gut für die Regionale der Konfederation, das gut 1 Milliarde, das ist für zwei Regionen, und es geht für die Schweiz. Hier war es ein Video. Ich weiß, dass es natürlich in zwei Kursen gibt. Erstens, die Anteriorschüsse der Region, Silvia Samadeni, vielleicht auch die TONGAS, die nicht in der Zeit zu bezahlen, um eine extra Taxe CO2 zu bezahlen. Und, zweitens, die wir uns im Olympischen Olimpik-Ventwirt haben, aber auch die Grigion-Kandidatur, die Grigion-Kandidatur, die Grigion-Kandidatur, der Grigion-Kandidatur, der Grigion-Kandidatur. Die Grigion-Kandidatur, der Grigion-Kandidatur, war die, in der sich die Slammuretzen entstandte die Slogans principale. Die Slogans, die dann auch profitierte, war der PBI-Einheit, der auch den Sportiv-Einheit. Und auch die Slammessungen, auch die Slammessungen, die Slammessungen der Kameras in der Kasachstan in der Slammessung, aber auch die Slammessungen. Also, bitte. Die Slammessungen der Slammessungen, ein besonderer Kandidatur, den der Slammessungen, schlägt die VK-Ventwirt. Das WM-Kandidatur ist eine Kandidatur, aber auch die Zurufe. Die Slammessungen, die dann auch im Ich glaube, Stefan Lombiel und Sarah Meier haben auch die Tattoo-Artist. Vielleicht, wenn ein Tattoo-Artist ist, dann schauen wir, wie wir die Tattoo-Artist haben. Oh, ja, auch jetzt eine Proxima Konkurrenz sportive der Nose-Diux. Der Prinz, super. Nein, er ist schon ... er ist schon vergau. Oh, ja, so unter den 100m-Stanien-Zo-Artist-Da-Coeira, haben wir die Konkurrenz mit der Schmähne, die Schmähne und die Schmähne, die Schmähne und die Schmähne. Ja, ja, deswegen sind verschiedene Ersbekäse, der Traumente, aber nicht die Konkurrenz, sondern nicht die Konkurrenz, die Konkurrenz, die Schmähne und die Konkurrenz nicht mehr zu tun, um die Medaille zu tun. Die ... Sollte ich, wie wir, wir sind die Kandidatur von Grigion 22. Denn, wenn wir das nicht sagen, können wir uns sagen, dass wir uns ein paar Jahre alt sind. Der Mr. Grigion 22. Ich habe schon gehört, die Wert der Manifestation und der Sportwirkung. Die Angeli, der Mr. Grigion, der Mr. Schweizer, der in Renssel Blumenthal, nicht, sondern auch nicht Dienstmeister, nicht Jusselmann. Wir haben auch nicht die Kandidatur Grigion 22. Er hat schon die Tote mit dem Sportbegrond. Die Angeli. Später ist eine gute Organisation der Jungs-Olympik, der Grigion 22. Er hat, zum Beispiel, auch eine gute Organisation der Jungs-Olympik, der Grigion 22. in der Schweiz. Also, er hat auch schon die Kampionate, die Kampionate in der Schweiz in der Schweiz. In diesen beiden Reminen, der Grigion 22. In der Joint Venture, der Grigion 22. ist eine der größten Interprese der Marketing des Sportes des Mondes. Infront. Die Firma, César Zug, manche die Tote für die Säde Unions-Olympikas des Sportes in Wien, für die Kursi des FIS, für die Hockey- und Biathlon. Aber, in der Infront, eine Tote für die Tote für die Tote für die Kampionate der Ballackpäu. Infront. Infront. V. V. Autres Kaus. In der Mitte. Die Angeli in Indiens Nomsil blieb prominent. Die Votation im Verwur der Kandidatur grigiont und weht aus. In der Mitte. Die Reihbandage ist ganz wichtig. Hey, kommend hierher und hör mal zu. Ich muss etwas sagen, es laber keine Ruhe. So olympische Gespänke macht wieder mal Tronti und alle tun das so, als wäre es eine tolle Kunde. Darum sagen wir Nein, nein, nein. Nolympia. Warum in die Ferne nicht zu gut da ist es nah. Wir wissen, was wir haben. Ich denke, dass meine Kinder und meine Kinder gesehen haben, dass dieses Video immer die Ausgleichung nahe zu erzählen. Also, um zu verhindern, dass diese Videos verhindern. Der Clip hat Rolf Meruck der Tavaus mit dem Pseudonym Peter K. Peter. Ich lasse euch den Reminent mit dem Link in diesem Video an die Leute und die Leute die euch wissen, die euch wissen, dass ihr noch in diesem Video unter Peter K. Peter. in diesem Video in diesem Video verfolgt alle anderen Episodes von «Quala Show» sind auch auch in diesem Video. Aber später, Videoclips und die Kandidatur von der Kandidatur werfen. Wie ist es? Wie ist es? Wie ist es? in diesem Video 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 und startete mit «The Europa Band» nochmals durch? Das Highlight für jede Musik ist, wenn sie aufmerksam von der US Army aufmerksam gefragt werden. Wir hatten das letztes Jahr, als sie uns nach Guantanamo Bay eingeladen haben zum US Troops und die Officers zu spielen. Das war für uns eine grosse Ehre. Marianne Katommen hält es für unproblematisch, an einem umstrittenen Ort wie Guantanamo aufzutreten. In den USA werde der Marine-Stützpunkt mit Gefangenenlager wesentlich weniger kontrovers diskutiert als bei uns, sagt sie. Guantanamo. Ich glaube, es war wohl mehr der Scharke, mit der Katommen. Ich werde einfach wiederholen. Also, liebe Zuschauer, liebe Zuschauer, wir wollen mit den Olympischen 2022 in der nächsten Konkurrenz werden wir den Schlalom-Gigant der Luft. Ein guter Schlalom der Skis. Nein, nein. die Athlete sind die Athlete an der Karakun superhose der Pistadieu und der Klub, den Sporten der Schlalom an der Skala sie wollen, oder dann ein Luft. Die Athlete sind die Athlete oder sie selber auch nicht mit den en den Superhosen instinktiv. die Athlete in den Sporten. Und dann, wenn ich eine Konnex glaube ich, was ist der Schlalom. Wir sind im Final in der respektive in der Zeit. Wir sind der Maschkotten, Lupin, der Luft zur Geraden. Ja, ich weiß schon, ich weiß, dass es nicht so ist. Ich glaube, dass es mit der Schlalom nicht so ist, dass es mit der Schlalom nicht so ist. Wir sind sehr froh, dass es so ist, aber es geht um Recycling. Und dann wir auch die Maschkotten der Olympischen nicht so, dass es andere Maschkotten sind die Maschkotten der Olympischen aktuelles, wie in China. Wir wollen nicht so, dass es nicht so, dass es dass es nicht so ist, in der Maschkotten Maschkotten. Aber hier, es ist nicht so, dass es nicht so, dass die Maschkotten von 1989 nicht so, wie die Maschkotten die Maschkotten der Nocki, Lecki und Zucki. Die Kritiker der letzten Uhr, die vier Apokalypse der Apokalypse. Aber wie die Maschkotten der Olympischen in Zucki, in Zucki. Zucki der Olimpik ist auch auch die Olimpik Olimpik ist ein sei ein Bussi. Das nicht so, wie die Olimpik war. auch andere. Aber die Population 2022 hat die Kandidatur 226. Das ist klar. Wir haben noch die Kandidatur. Die Olimpik der Olimpik im Jahr. 2016 war der Kandidatur der Sitz und den Sitz Sitz der Sitz der Sitz von welcher Sala relativ in Pauk, Moton, de Vosla, Kalifornien, Garmisch und Innsbruck, und Sammuretzen vinius in Platz 4 der Votation des Comité Internationale Olympiques. Ah, aber hey, Sammuretzen fußbü, Sammuretzen, schi desbü auch in einer Kandidatur, welcher Pilsdjuck olimpics il 1936. Propi in einer Masse-Kandidatur, aber es ist ein Purschweideus, denn es ist ein Purschweideus, seitdem es umpilungen, in der Geschichte, an Flassins und Seneua, Benedek Fontana, der s'abete eines Launches der GIOC für eine Kandidatur für die Jungs-Olympics in Valmysteyr. Aber später, Sklaveria und Sport, welche Fatoch, welche Fatoch, quels Dizendemännern, sicherlich, boh? The International Olympic Committee has the honour to announce the host city of the Olympic Winter Games 2022. Beijing! Im westchinesischen Xinjiang leben über 10 Millionen turksprachige und muslimische Uiguren. 500.000 Kinder sollen von ihren Familien getrennt worden sein. Gleichzeitig werden eilig und unter grösster Geheimhaltung über 300 Straflager errichtet. Es handelt sich um Umerziehungslager, Zwangsarbeitslager und Hochsicherheitsgefängnisse. Die Bezeichnung der Lager ist ein Euphemismus. Natürlich nennt China sie nicht Lager, sondern Krankenhäuser. But International Olympic Committee Chief Thomas Bach says such issues don't concern the organization. The Olympics, he says, cannot be political. As a non-governmental organization we have neither the mandate nor the capability to change laws of sovereign countries. The Olympic Committee International and the treatment of the Uigurs and the other problems of human rights in China is the only one. And we? Yes, we have to be in the area and to take the Uigurs to the Uigurs to the ship. We have to run and run with the VW Golf that is the part of the produzir Xinjiang. We have to buy with a tonic in a year at the wish when we have a glass and we have a computer. We have to take the and then we have to end that is going on to the Uigurs. We have to take the data to the future. We have to take data from those camps that is going on to some. It's not just the Prince David, but we have to watch that could fly on the China, but this one barack in the oak in the water that began around the 1908 as a construction that made the Olympics of 1928 und im 1958er Sommerreizen. Durant der construktion dieses Tunnels, ein 16er Wreis mord und 177er in diesem Verlust mit dem Ressort. Und wie, Jesus, hat sich einen ersten Krab, weil, dass man den mehr langen auf dem Diplom Olympischen für Säte. Ah, das ist schon der Vier, dass jemand war in favor des Sport, mit dem Six-Pack der Pende in die Säte. Und dann, weil der Publikum es sehr glücklich ist, der Überleitung, von dem wir immer wieder zurückkommen sind. De Jesus, der in der Finale zurückgekehrt, Jan Gyli. Wir haben die Argumente ein bisschen über das Thema. Aber es ist ein Kläger. 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 Wir haben die Begriffe, es sind 1.500 Personen. Ja, ja. Also... Ja, nicht. Ihr solltet sie selber sein. Aber es macht aber nicht mehr viele Sachen. Sie waren irgendwie positiv. Sie ist selber. Der hat das Argument, nur sie sind gut. Genau. Die Kolonne nehmen in die Türchen. Es waren 4 oder 5 Jahre. Und jeder hat gesagt, du hast alle Sponsoren. Seien sind selber. Es gibt keinen Platz in Davos. Es gibt alle Atleten, die Funktionäre, die Medien, alle Hotels. Als Sponsor, die wir in die Noten lösen. Und mit denen gibt es noch mehr andere Sprecher. Mit den Medien. Also, du hast schon einen? Ist gut. Ja, aber mach die Klappe. Das ist gut. Du kannst sowieso machen, weil du das immer leckerst. Gut. Dann kommen wir zuerst. Jan Gilly, wir essen noch einen Bevel. Grazie a tutti. Wenn du willst, wenn du es willst. Benfnias. Das ist schon geil. Ja, das ist auch eine sehr phänomenele, eine Lüge, spezielle Pizzele. Das ist wirklich schön. Ja, das ist auch ein Sylvain, wo wir in den Medien dienen. Aber du weißt auch andere Qualitäten. Du weißt auch nicht. Du weißt auch nicht. Nein, 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 nein. Wir sind im Kau, wie Jan, wie du. Wir haben die Olympische Runde geschlossen. Wann? Du weißt auch nicht? Sie kamen in 2013, die Votation. Sie kamen in 2013. Sie kamen in 2013. Ja. Aber natürlich. Ich glaube, es war natürlich ein paar Leute zu arbeiten. bei dem ganzen Projekt. Ich habe es ganz klar. Wir haben so viel Energie und die Kandidatur, wenn wir in diesem Event. Dann ist es klar, dass sie sich an die Votation betrifft. Wir haben auch die Erfahrung. Aber wie ist es zu sein? Ich bin ehrlich gesagt, dass du Stress für die Funktion hast. Das ist ein Projekt größer. Ich dachte, es ist ein Letz. Wer ist aus der Letz? Stress? Oder mit Corona? Nein. Corona ist halt nicht. Es ist eine Hypotheke. Wir wussten nicht, ob wir eine Chance haben. Es ist klar. Wir wissen, dass wir in China auch für alle Atleten, auch für die Organisatoren sind. Das ist ein Desaster. Wir wissen, ob es funktioniert, ob es nicht funktioniert. Wir haben eine Quarantäne. Wir haben ein Lied. Wir haben ein Plastik. Wir haben eine Protektion. Wir wissen, dass wir die Atlete mit dem anderen Atleten sind. Bei allem automatisch sind viele Menschen komplett. Und wir wollen den Athleten den Olympischen Spirits, die Atmosphäre des Olympischen Spirits werden bereits verloren. Die Athlete von Olympischen Spirits hat sich das an die Erleichterinnen und Thursday. Das ist eine große Herausforderung zwischen den Athleten. Ich kann hier arbeiten, ich kann hier rein, weil es nicht in die Leid, weil es kein Spirit Olympique ist. Nein, Spirit Olympique ist es anders. Spirit Olympique ist ein Totales Athlet, wenn ich etwas Olympi-Village habe. Ich habe hier zwei Konzepte, ein Olympi-Village oder zwei. Ich lasse mich nach den Totales Athleten, die Totales Trainer, wo ich es stehe, wo ich es nicht in der Böbel. Ich bin in den Totales interkulturell, in der Totales Paes, Das war eine ganz spezielle Atmosphäre. Auch bei einem kleinen Hammer, die immer noch zu essen waren, als der Olympische Champion. Aber das war eine Atmosphäre, das war eine Freude. Wenn du in die Nähe bist, Freude? Ja, das ist ein Düsseldorfer. Aber wir haben nicht gehört, die Entscheidung, weil die Entscheidung es ist, die Differenz von der Grigion war, aber es war ein paar Unterschiede. die 6 % der Kandidatur. Aber in diesem Bereich war das die größte extremste. Ich glaube, das war das der Pitage, der Umnetzien ist. Da waren die 70 % Es ist auch eine Retrospektive, wenn wir uns in einer Tourte der Nuss enthalten haben, dass wir in Gratziak haben, dass wir uns sehr gut sind, mit Corona und so. Aber wir müssen uns noch mal schauen. Der Motiv, der wir uns in der Nähe und in der Nähe ist, ist, weil wir uns ein Konzept integrieren, ein Konzept sportiver. Das ist der Grund, dass wir uns in der Nähe sind. Ich glaube, wir sind in der Politik, dass man sehr intelligenter kann und sagen kann, dass man etwas an der Rosen, etwas an der Flamme, etwas an der Flamme, etwas an der Flamme, etwas an der Flamme. Aber das Konzept nicht funktioniert. Ich glaube, es ist in der Hypothek, dass man als Sportiv transportieren kann. Manche machen das transportieren und manche die Flamme, die Flamme und die Flamme. Und wenn es funktioniert, manche nicht mehr werden als die Spichtature. Manche sind in der Flamme. Die Athleten sind nur auf der Flamme, die Flamme und die Flamme und die Flamme. Manche müssen Platz für sich. Das ist der Motiv, dass man die Politik in der Flamme dreht. Manche müssen die Flamme bewegen und die Flamme auf die Flamme und die Flamme und die Flamme und die Flamme. Es funktioniert nicht. Ich weiss das Konzept. Dann weiss er, wenn wir uns sincerer verstehen, dass es politisch ist. Nein. Ich weiss, das ist schon ein Beispiel Modus der Votation. Ich weiss, dass wir uns wieder diese Themen, welche für uns personal sind. Ich weiss, wie Sie etwa Silvia Semaden ist, im Bayern Mars, in der Schweiz. Nein. Es gibt verschiedene Lieds, die in der Konzentration wollen. Es sind Herr Schneider, es sind Politiker, es sind Silvia Semaden, es sind jemand anderes. Es ist nicht einfach, zu differenzieren. Es ist ein Thema Olympia und es ist das Personal. Es ist das Personal. Es ist auch das Personal. Es ist nicht alles. Nein, nein, nein. Es ist ein wenig Respekt. Es ist ganz klar. Es ist nicht klar, es gibt die Emotionen. Es gibt die Saliva, es gibt die Flasche, es gibt die Flasche, es gibt die Flasche, es gibt die Flasche. Es gibt das Personal, es gibt die Flasche. Aber du kannst es präbieren. Nein, nein. Wenn du es spürst, dann ist es. Aber du kannst dir erklären, es ist sehr sicher, es ist auch Mühe zu sein, wie du es hast. Du hast die Energie, die Passe, die Flasche, dann ist es auch die Flasche. Auch wenn du es machst, es ist ein bisschen zu tun. Es ist ein bisschen zu tun. Aber du kannst es nicht mehr. Aber du kannst es nicht mehr. Wir arbeiten mit meiner Firma, mit zwei, drei Mandaten. Es sind zum Beispiel der Komitee Administrativ des EV Zug, zum Hockey, und in anderen Mandaten. Es ist eine kleine Firma, aber auch andere Sachen. Aber du kannst es auch noch andere Sachen. Wir haben die Flasche, Ich bin etwa in der Stadt, in der Alpen, 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 bei der Flasche, es ist und ein guter Amieter, ich habe schon eine Erfahrung, ich bin ein Studie, und ich habe eine Erfahrung. Das war eine Erfahrung, und das war ein guter Projekt für die Bedeutung von dieser Sporte der Zeit, von 35 Jahren. Und in dieser Zeit, von der Zeit, von der Zeit, bei der Zeit, das war eine Marke. Da zu essen, da zu essen, wenn wir in der Alpen, wenn wir in der Stadt die Flasche machen, von der Zeit, aber bei dieser Zeit, Es ist eine andere Sache, die uns motiviert, um andere Dinge zu machen. Vielleicht kommt der Livi mit der Maschine auf die Piste. Es ist einfach eine andere Sache. Es gibt auch noch mehr Stress, etwas mehr die Leben und die Kalme der Welt. Das ist eine phänomenische Regime, die sich im Kopf auf dem Kopf in der Alpen. Wir wollen schon erwarten, die Arrangements, Sport, Pigerons. Gerade in den Jungs-Olympics, wir sehen uns die Geschichte der Kandidatur. Die Samuräte sind in der Wauwere, sie haben auch andere. Spanien, Norwegen, Deutschland. Das Jahr sind die Jiju. Sie sind in China und in Kasachstan. Also, ich kann euch vorstellen. Das ist ein Mensch. Das ist ein Mensch. Nein, es ist ein Mensch. Das ist ein Mensch. Das ist ein Mensch. Das seid der Klasse, wie ein Mensch. Das sind die Jungs-Olympics, aber das sind die Klasse. Nein, es ist ein Mensch. Das ist ein Mensch. Das ist ein Mensch. Im Komitee Olympique. Er hat die Ermittlung. von diesen Olympischen Olympischen in eine andere Richtung. Und wir tolerierten und akzeptierten diesen Entwicklung. Und wir, mit unserem größeren Progetto, in den Zentrum der Alpen, in den Knife, in die kleine Distanz... Was haben wir geplantiert? Ja, was haben wir geplantiert. Wir wollten den Olympischen Komitee sagen, in eine andere Richtung. Und das war nicht so. In China, in den Regionen, es gibt keine Knife. Wir wollten den Koffer schon ein bisschen mehr. Wir wollten den Koffer, als Sportiv, nach den Alpen, in den Koffer, in den Koffer, in den Regionen, wo wir nicht mehr wissen. Es gab die Alternative. Es gab die Jukes, in den Kampionaten mondialen, die wir immer sagen, in den Sport der Stadt. In den europäischen Spielen. Es gab die europäischen Spiele. Ja, das war eine Variante. Es gab die Infrastruktur, die wir schon hier haben. Es gibt die Möglichkeit, zu renovieren, oder zu machen, etwas besser. Aber wenn wir, in den Jahren, dann haben wir eine Karte, dann gehen wir in den Koffer, dann gehen wir in eine große Haus, dann gehen wir in eine super große Terrasse. Ja. 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 Aber das ist eine große Herausforderung. Das ist eine große Herausforderung. Das heißt, die FIS, die FIS, die FIS, die FIS-Games, mit den ganzen Disziplinen. Ah, genau. Das ist eine Variante. Da kann man sich auch auf die Bases, auf die Infrastruktur, die du willst. Aber das ist nicht Olympia. Olympia, für Sportiv, oder für etwas spezielles. und wir wollen es garantieren, dass die Sportivisten eine Olympia machen können. Sie sind eine Bauteilung, ragionabel, größere, stärkere, 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 und auch mit Projekten, die drohen, auch mit Substanz der Natur, etc. Ja, Wesel, sie füßt mal mit einem Tag-Auto im Jahr 2013. Sie füßt mal mit einem Tag-Auto, wenn es nicht mit einem Tag-Auto ist. Ja, Du hast eine mit einem Tag-Auto. Für mich ist der Sportiv das wichtigste. Ich weiß, dass die Menschen die Energie, 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 Energie in diesem Sport war eine Motivation für die Sportivisten in der Schweiz eine Plattform für eine gute Leistung mit einer Atmosphäre phänomenale. Und dann, in der zweiten Linie, haben sie den Profit des Lebens für die Regime, für die Ökonomie, für den Tourismus, etc. die Fäbricht für die Strategie für die Event. Wir haben den Swiss Winter Games in der Alpen. Es ist eine Alpe. Es ist eine Alpe. Es ist eine Alpe. Es ist eine Disziplin der Snowboards in der Wien. Es ist eine Worte. Sie sind noch für dich. Sie sind froh. Es ist nie gekommen. Das ist es. Das ist das Wunder. Du kannst ja weise wohnen. Ja, du kannst ja weise wohnen. Ja, danke. Danke. Das war die RDR-Show, auf welcher Gade für die Beine des Jungs-Olympics. Die nächste Show wird ca. 2. Mai. 2. Mischief Hohem. Hose koala so sefer Gades venziele kachinziat aacheles. Primo. Pitás, Saudaterion, Obuttalo lumnezzya. Moch je seggilar? Lu, me reinegadesi mai, ha. Lupina. Primo, supernum. Secondo, veze schai in Lufo. Sondi avin in Ninlufo, Prijet. Qua, Matthai, Matthai stei irgendwie sin Google Image Search api, jem prim kojot ke jenem flau an i priu. Ha, schon se hier. Nien Goldschakal, perwiedemoi. Dum-da-dum-da-dum-da-dum. Ha, ah, la, 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 bina, hallo. Ah, ja, Antoni, kala da falla tsa, ja. Ja, tschabal, kan uswain perspäin gik, at jau sonil bing-duen-duen, at jesla... Jee, jee, som bien. Dianum, bing-duen-duen. Jets il-mainsa ne recercau an drec, busko coi compitas. E coi dos rings olimpics, quels aschas toch jag droa aschaia. Qua stuessas duman da lubi-nchutl-comitee internazional de... Oddio, jesai bo. Forse, ke nus srvigni non implonien ete perwiede coi. Oh, que toch mo rings. Jee, jee, toch mo rings. Jee, si fos mo rings, fi jesnus bussain huare tamtam prvido d'Olimpia. Jee, jee, puu schwebber. Idzves, viu fa schi, bia, sas? Tudel, lsport, kuls danesken e lsportapi. Perchai vai anna meina pi. Jee, du quen zoma, perchai que lsportista in a la fin de la vita pregle corporealmen kaputs. Ni si mainzi per? Jee, abur... Ose stein ze bo falaschis. Ose... Ose zai jugs olympics api. Ha, ha. Venial bing duen duen api... Oh, jee, dat in huara pandaschko ti spetio e no daute. Aba nus es es su famigri. Vi jön za proxima gada. E nus si cirka dos moins. Ni avon ke koi. Ehm... Irma, il podcast. Irma, il podcast. Nus vi jön tot per i te reklama. Todactante mirada ayunorte. Hyi.